Hey Kinderz, was geht bei euch ab? Willkommen zu diesem neuen Matchmaking. Ich versuche hieraus auch nochmal eine ungeschnittene Folge zu machen, um einfach den dicken Kontrast jetzt zu setzen. Also letztes Mal scheiße, heute natürlich global. Ist klar. Hoffe ich doch. Ja, mal gucken, wie es wird. Hello Team. Warum sehe ich das nicht? Ah, okay. Die hören sich schon mal sehr gut an. Sehr, sehr gut. Okay, sehr gut. Vielleicht haben wir sogar eine Double Nate. Ich trau mich nicht zu fragen. Das haben wir ja alle schon gekauft. First game of the day, man. Nice. Das freut mich sehr. Ja, mit dem. Shit. Das wird ein easy win. Also die klingen schon mal richtig sexy. Okay. Fucking sexy. Komm schon, schmeiß den Nate, schmeiß den Nate. Please, das Spiel ist so leise. Wartet kurz, wartet kurz. Okay. Oh, die klingen ultra nice, man. Ich glaube, ich würde es am liebsten jetzt schon adoptieren, alle. Gucken mal. Ich habe schon so oft die Leute angefragt danach, nach solchen Spielen, oder wurde angefragt, und habe dann nie wieder mit denen gespielt. Voll bitter. Nice. Aber boin, Aparz, wo ist er denn? Oh, 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 okay. Nice. Gut, das war schon mal eine schöne erste Runde. Oder einer hat direkt drei Kills gemacht. Bananek. Ja, man hört schon, das ist ein gutes Team. Das hat man schon raus. Das hat man schon raus. Ich habe Prime nicht angemacht. Seid ihr wirklich gut? Fuck, ich hasse mich. Ne, ne, alles gut, alles gut. Die sind super, die sind super. Ne, ne, ne. Sehr willkommen. Ich verstehe es nicht, warum das nicht einfach defaultmäßig eingestellt ist. Aber egal, egal. Das läuft einfach. Wir machen jetzt ein schönes 16-0. Ich glaube, das erste, was ich dann jemals hochgeladen habe. Sorry, mate, falls ich dich gelockt habe. Alles gut. Okay. Okay, irgendwie machen die das easy. Sehr gut, sehr gut. Mit Flash, mit Flash. Green, attention. Okay. Okay. Oh, meine Gisela lebt immer noch. Sehr gut, mein Hühnchen. Ich habe die jetzt schon seit zwei Runden. Oh, nein. Oh, nein. Nice. Oh, die Gisela ist schon Jahrhunderte alt. Nice. Was war euer längstes Huhn? Euer längst, am längsten besessenes Huhn? Wie viele Sekunden? Scheisela. Warte, Scheisela. Ich hoffe, es killt jetzt keiner, mein Hühnchen. Hört auf, so zu gucken. Die wollen alle das Chicken Dinner. Das ist das falsche Spiel. Das ist das falsche Spiel. Hört auf. Okay. Rechtsverkehr, linksverkehr? Links. Rechtsverkehr. Oh, no. Ausgewichen. Hihi. Mann. 194 Sekunden. Ah, leck mich doch. Das Ding ist scheiße. Scheiß, non-prime. Jetzt kommen sie hier. Schnell, wir müssen mollieren. Schnell. Schnell, dude. I think, I think they're coming. Okay. Wen hab ich eigentlich bei mir? Nein. Geh weg von dem Kollegen. Oh, Alter. Ich kam zwar zu spät, aber bomb down. Aber ich hab ihn trotzdem total gerettet. Der hat gedacht, er stirbt. Aber dann kam ich mit so einem Batman-Anzug, Alter. Oh. Naja. Ach nee, Gisela lebt ja nicht mehr. Ich dachte mit Robin, aber Robin ist ja tot. Ist ja vorhin geplatzt. Ist er das troppen? No, 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 no. Okay, nice, nice. Ich behalte meine Bumme jetzt noch kurz. Obwohl sie jetzt auch full buy haben. Naja, das wird schon, das wird schon. Die fressen die Nate direkt. Und das war's dann. Das war's dann. Die nehm ich eigentlich auf. Oh, shit. Ich hab letztes Mal die Rohraufnahme direkt genommen. Und nichts verarbeitet, weil das auch so lange dauert. Bei Full-Matchbankings. Aber jetzt hab ich, glaub ich, meine Stimme auf ultra laut. Wenn ich die nehmen würde. Und das Spiel ist sehr, sehr leise. Stimme mit 0 Dezibel Verstärkung oder Verminderung. Und das Spiel minus 10. Ja, gut. Die labern aber auch die ganze Zeit. Das ist vielleicht nicht schlecht, wenn man mich dann besser raushört. Als die Gegnern. Achtung. Ich bleibe jetzt direkt bei ihm. Letztes Mal hab ich ja den Fehler gemacht. Das kennt ihr, das Spiel kennt ihr gar nicht. Da hab ich extrem gut gespielt. Aber in diesen Situationen, mein Mate, nicht immer, ich war immer ein Stück weiter hinten gestanden. Und wenn er noch auf die Nase bekommen hat, ist er gestorben. Ich war nicht rechtzeitig da. Und dann bin ich meistens auch noch zusätzlich gestorben. Ja, aber ich hab ihn ja auch nicht drum gebeten, dass er vorrushed. Jedes Mal. Also der stand immer offensiv. Das hat ein bisschen genervt. Das ist gut. Gut. Das ist gut. Just wait. Just there? Yeah, he still starts. He's gone back. T-Apartmentes now. Maybe... Go on B. I already rotate to Banana. Yeah. So he's still. Yeah, it's fine. Ich hab kurz überlegt, soll ich hochgehen? Scheiße man, ich steh dumm, ich steh sehr dumm. Ich hab sogar Smoke und Flash, aber wenn ich sie jetzt nehme, kommen sie. Ich mach's jetzt mal kurz hier zu. Flash noch. Don't push, Purple, Purple, please, Purple, you don't need to do Puri. Ja, ja. No, Purple, Purple. I can drop. Okay, nice, we got money. And Banani. Banani, we got money and Banani. Ja, letztes Mal hab ich auch hier auf Inferno gespielt, mit nem ziemlich lässigen Team, wir haben leider verloren, aber wie gesagt, Eigenleistung war on point, mit 70 Punkten oder so. Und wir hatten einen dabei, der hat immer, uhlala, gesagt. Das war ziemlich lustig. Ja, das wird bestimmt ein Be-Rush, Alter. Boah, er geht einfach ran, wie so ein, wie so ein, oh Gott, ich hab da ein Bildschirm gespuckt. Ah, nein! Au! Ihr Schweine, oh nice! Nice, er holt sie ultra. Oh Gott, oh Gott, Bond down. Ohohoho! Uff, krass, der hat mir direkt mal in den Header reingedrückt oder so, es ging echt schnell, aber ich war halt dann doch der Besser. Obwohl ich ihm noch nicht mal, ich hab ihm noch nicht mal in den Header gedrückt, wie viele Shots? Ich hab vier gebraucht. Das ist Snoop Dog, Alter. Nee, halt nicht Snoop Dogg. Snoop Dogg? Hä, wen hab ich denn da gekillt? Snoop Dogg? Der war, der war am Schluss noch alive. Wie, wie geht denn das? Bin ich, bin ich bescheuert? Ich hab grad Snoop Dogg gekillt. Ich guck ins, ins Scoreboard rein, er lebt noch. What? Nee, keiner will die AWP haben. Okay. Let's go. Shizzle, Shizzle, mein Nizzle. Ich stehe hier wieder kurz vor Downrank, ne? Fällt mir gerade ein. Kurz vor dem, kurz vor der einfachen Verschiss in der AK mit dem Kranz. Das ist Wahnsinn. Sorry, mate. Aber ich musste kurz gucken, dass du mich nicht beim Schmeißen blockst. Du kleiner, du kleiner, orangener Mann. Okay. Okay. Get it on, bitches. Get it on! Schmeiß mir irgendwas. Nice, nice, nice. Okay. Okay, down on the Flash. What apartments? Kick it off. Okay. He's, he's dead. One dig. One dig. One dig. One dig. What the fuck hat der, hat der echt AWP denn und der Diegel? Ich, ich bin gerade etwas, äh... 23 HP. Deploying Flashbang. He's going to a... Mark on it? Okay. Okay, komm, lass mal vorgehen, Alter. Äh, Smoke ist weg. Das ist ja noch meine gewesen von vorhin. Oh, what the fuck. Yeah, they're both in abset. Okay. Watch out for TFs now. Oh, God. Ben DS. Der ist bestimmt hier. Er hat die Bombe, doch. Okay. Ich hab' sims Klee. Yeah, ich hab' mit TFs. Oh, shit. Shit. Oh, wow! Der ist echt in uns vorbeigelaufen. Wollte eben noch sagen, ich rotiere mal zu... Bäh? Yes. Hey, lass' push ihn zusammen. Ha! Ich mach' den... Ah! Ah! Oh, shit. Oh, shit. Ich mach' den ab. We're rich. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Das ist... Das ist echt das geilste Team in der Welt. Leute, das ist Wahnsinn. Das ist echt Wahnsinn. Man muss doch... Man muss gar nicht viel machen. Wir teilen uns die Kills fast perfekt auf. Also, man kriegt jede Runde so einen Kill. Vielleicht gar keinen oder mal zwei. Und... Und das war's. Oh, oh, Vorsicht. Geh' nicht vor. Geh' nicht vor. Geh' nicht vor. Nein! Wollen wir einen? Ah! Ich smock' dem? Shit! 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 Nein! Nein! Okay, fuck. Jetzt haben sie uns echt eiskalt erwischt. Nice energy. Smoke 2A, 2B. Ich hab' auch nichts. Gar nichts mehr. One is coming through smoke, Blue. Attention. Yeah, yeah, yeah. It's too fast. Too fast. Ah, shit. One on CT. Orange, close. Orange, ich brauch' dich. Ich auch. I need help on B. Behind. Ah, scheiße! One is low HP on B. Schade, ich dachte, dass Orange so eine Millisekunde früher kommt, um wenigstens zu klären, ob der bei ihm bei CT ist, dieser eine, der durchgegangen ist, oder halt schon in der verkackten Church. Wir haben eh Cash, also safen ist unwichtig. Wow. Okay, die dürfen nicht durchpushen. Wir sind's, wir sind's jetzt gar nicht gewohnt, dass da jemand... Yeah, you can drop me off of someone who has damaged 10.000. Yeah, sure, sure, okay. Warte, jetzt. I can go banana? Ah! Jetzt... Ich hab' ja auch ne... Was ist hier grad... Was ist hier grad' passiert? Warum hab' ich auch ne... Warum hab' ich auch ne AWP? Ich hab' doch einem eine gedroppt. Und hatte ich auch irgendwas in der Hand, kann das sein? Nein, gut, jetzt muss ich ihm halt hier drücken, wenn jemand kommt. Ah, nein! Typisch! Ach, komm, jetzt hört doch mal auf! Mit der Scheiße. Leck mich doch im Ärmel. Da war doch sowas... Ich war doch sowas von höchst pervers drauf. One is tagged. Ja, wir go back. One is tagged without... Ich kann... Ich kann... Ich kann... I can be... Oh, oh. Ich glaub, es ist A. Should I rotate too? Ich glaub, es ist... Ich glaub, es ist A. Ja. Ja, es könnte... Ja, wir gehen zusammen. Scheiße, warum hab' ich ne AWP? Fuck, das war jetzt echt ein Fehler. Ja, war doch einer. Ja. Fuck it up. Wir können safe. Okay. Ja, safe ist besser, ich denk. Shit, man. Wir haben beide AWP, Alter. Kann ich sie töten? Ich weiß nicht, ob die da lang gehen. Ich weiß nicht, ob die da lang gehen. Ich weiß nicht, ob die da lang gehen kann. Komm her. Komm her. Oh. Scheiße. Oh. Das ist echt... Das ist echt kacke. Das ist echt kacke mit der AWP jetzt. Ich muss... Ich muss gucken, dass ich jetzt... Keine Ahnung. Ähm... Weiß nicht, was ich machen soll. Ich muss jetzt halt direkt auf Banana und da was holen. Okay, wenn du... Okay. 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 We need to... We need to... I'm gonna flash and watch for a second. Oh Banana. Oh, one up. Okay. Incoming. Scheiße. Scheiße. Das war einfach dumm. Den einen habe ich nicht gekriegt, der da so... sich duckend weggerannt ist. Oder sich... Der Wald geflasht. Und... Die AWP habe ich da zum Glück nicht gesehen. Hat die aufs Näschen bekommen. Haben die gesmoked oder was? Ne. Ist das eine Nade? Okay. Okay. Ein Flash B. Komm dran, ihr Schweine. Come on. Flash B. Äh, Smoke. Ein Flash. Könnt ihr mal kommen? Boah, in die Hand geschossen. Okay, durch. Wow. Wow, shit. Need help. Nice. Oh. In. Human. Collections. Leute, da habe ich aber so ein bisschen gepimmelt. Die Smoke war halt geil, ne? Also er hätte sicherlich... Oder hat mich sicherlich auch gesehen, aber... Ha, ha. Port of the gear. Ja. Wahnsinn. Was das für ein Unterschied ist. Ich denke, dass... Wir sagen ja immer, klar, das Team... Man merkt diese Arschigkeit von jemandem erst dann, wenn man verliert. Logisch. Okay. Man... Man merkt die Arschigkeit von den Leuten erst dann, wenn wir verlieren. Flash mit. Flash mit. Oh Gott. Ich hasse mich. Was mache ich hier? Was mache ich hier? Was mache ich hier? Was mache ich hier? Da ist ein Mate. Ja, ich will. Mitab. Uff. 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 Ich habe gerade aber auch Luck, ne? Ohne Ende. Die stellen sich so hin, dass ich sie gut treffen kann. Und dass sie mich gar nicht sehen. Also das war jetzt natürlich auch... Das war natürlich Skill ohne Ende, meine Leute. Freunde, Kinderlein. Das ist ja logisch. Also Skill. Naja. Ja, das ist wunderschön. Ich habe mir genau sowas gewünscht. Also, was ich sagen wollte. Man merkt erst, wie das Team drauf ist, wenn man verliert. Aber ich denke, das sind auch Mates, mit denen man verlieren könnte. Ich habe schon so oft Kollegen gehabt. Randoms wohl gemerkt. Ähm, mit denen ich Spiele ausgespielt habe. Also, wo wir selbst nach der 16. Und alle in der letzten Runde. Ähm, der Gegner. Und die Gegner waren haushoch im Vorteil. Einfach gepresst haben und dann. Just wait, let's go. 2. 2. Okay. Oh, stop it. Oder hier, wenn dann hier jemand direkt rangeht. Das macht hier zum Glück keiner. Komm jetzt her. Sack. Hüah! Hit me! Hm. Oh, scheiße. I'm going to be. I'm going to be. No time. Kick it off. Jetzt habe ich auch wieder genug Geld gesammelt. I can drop. Okay. Mal gucken. Mal gucken, was bei Tee so passiert. Wenn sie uns auch so krass abscopen. Ist natürlich schwierig für uns. Es war eben schon hart da auf Mitte. Also, das ist einfach zu actionlastig. Wenn man, vor allem wenn man da alleine ist mit AWP. Dann einer Boiler kommen kann. Und einer hier und dort. Und Kartoffelsalat. Könnte ein Rush werden, ne? Die haben schon wieder mehr Runden auf die Nase bekommen. Mal kurz. Hallo. Oh Gott. Oh Gott. Nein. 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 Scheiße. Oh, fuck. Das war gerade eben genauso drastisch. Nice. Lauf, lauf, lauf. Oh. Pudeplay. So läuft das bei uns. Verstehst du? Wir sind schon ziemlich krass auf dem Punkt. Der eine holt für den anderen die Kills ran. Ich glaube, mach jetzt nach Pudeplay. I'm going. I'm pushing. Oh. Just, just wait. Der geht jetzt nicht ran. I think it's better to play slow. Yeah, true. I'm pushing them. Maybe. I'm pushing them. I think it's better to play slow. Yeah, true. I'm pushing them. Yeah. Easy bit. Wie angeschlichen kam, man. Also, da würde ich nie im Leben als AWP anschleichen. Ich weiß so, dass hier höchstwahrscheinlich einer steht. Komm jetzt zu mir, du Bananasack. Nice. 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 Ha. Ja. Ich bin immer froh, wenn ich... Wenn nicht das so... Wenn das so läuft, einfach. Vor allem das letzte Fullmatch-Making... Oh Gott, ich will das hier nicht in den Himmel heben. Nachher verkacken wir noch. Aber egal. Bis jetzt war es schon deutlich besser wie das letzte. Da war ich ja nicht nur von meiner Saltiness her ziemlich krass am Start, sondern... Ich war dadurch halt auch schlecht. Also, bei mir ist es zu 100% so, wenn ich schlecht gelaunt bin, wegen der Maid oder wie auch immer. Und das ist ein riesen Fehler bei mir. Dann bin ich so unglaublich schlecht. Eigentlich muss man da drauf scheißen. Man muss sagen, Fick drauf. Ist egal. Aber ich kann das eigentlich auch. Aber da konnte ich es nicht. Oh mein Gott! One up. Wo hat er mich getroffen, dass ich noch so viel Life habe? Wahrscheinlich in den riesigen Eiern... Okay, hey. Hey Leute, kommt mal wieder runter. One up on Banana. Okay, ich bin dann alles klar. Ich denke, 2nd mid. Bist du wirklich sicher, dass da unten keiner mehr ist? Scout? Ah, da war das ein Scout! Ha! Da war das keiner ab. Oh Gott, oh Gott, bomb down! Das ist gut. Shit! Ist der in-app bei denen oder jetzt bei uns? Ich bin scheiße. Ich hab Angst. Incoming. I'm T-Apps, I'm T-Apps. Yeah, I'm 7HB. Just wait. On me? He needs a bomb. Still up. I'm gonna be in-app. I'm coming from where I go. Yeah. Now up. Here's a bomb. Shit, 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 shit. Nice! Oh! Ich hab grad das Ding von der HTC Vive runtergeschmissen. Fuck, diesen blöden Connector hier. Ich muss das Ding wegstellen. Ich erschrecke immer voll so. Oh! Das sagt dann so ganz langsam mal in seinen Kabeln runter. Irgendwann mach ich's kaputt. Verdammt nochmal. Let him die? Boah. Ich glaub, es war trotzdem grad eben ne gute Entscheidung, kurz weg zu rennen, oder? Sonst hätt ich vielleicht die AWP verloren. Hätt da jetzt nen Lucky Shot gemacht. Bitteschön. Die Herren. Und bitteschön. Hat er wenig Kohle, der Purple? Ich hätt ihn daraus droppen können. Komm in, Kai, komm in. Dass der nichts sagt. Flaschen Apartments. Äh, Banana. Oh! Collateral. Yay. Alter! Alter! Es ist alles in Ordnung bei mir. Ich sag's mal so. Scheiße, wo ein Apartments, äh, Banana. Was hab ich mit Apartments? Bin ich behindert? Äh, 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 banana. Oh, bitte sterbt jetzt nicht. Sterbt jetzt nicht. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Wow. Just wait. Geh da rein, geh da rein. Ja, 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 okay. Oh, ho, 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 der Collateral. Der war schon nice, der war schon nice. Oh, der Blau hat die Bombe. Ja, moin. Aber er steht auch echt eklig. Die können von so vielen Seiten kommen. Ich würde da reingehen, genau. Und dann rechts. Und vielleicht da kurz stehen bleiben. Ein bisschen chillen. Da ist er noch geslappt. Oder war das bei ihm? Keine Ahnung. Nee, das ist bei ihm. Achtung. Hoffentlich, hoffentlich vermutet die AWP ihn dort nicht. Das wäre echt ein bisschen unangenehm, ne? Komm schon, komm schon, komm schon. Nein. Still want D-Ramp. Das macht er gut. Ah, Blau. Ich geh lieber nicht zurück. Die AWP geht Mitte hoch und klatscht dich dann weg. Nein. Nein, 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 nein. Guck es. Okay. Der hat keine Zeit. Just wait. Nice. Er war in Tierapartements. Oh, oh. Nice. Alter, ich hab sogar noch... Warum hab ich denn jetzt die... Achso, ich hab vorhin ein Double-Kirr gemacht. Stimmt, ja. Ich bin jetzt auch zufrieden, dass diese AWP-Zeit gut rumging. Ja, ich bin ja oftmals gar nicht schlecht damit, aber es fühlt sich trotzdem immer wie eine Herausforderung an. Eine deutlich größere Herausforderung als mit M4. Und ich kann mir gut vorstellen, dass ich dann auch mal verzage, wenn es dann zwei, drei Mal nicht gab. Deswegen der perfekte Abschluss für diese AWP-Action. Ich flashe Banana. Banana ist flasht. Oh, sorry. Hab ich ihn jetzt geflasht? Ich hab's aber extra angesagt, also... Ja, er ist on hold. Two. Geh lieber weg, geh lieber weg, bro. Du musst hierbleiben mit dem Death. Nein! Oh! Oh! I'm low. Scheiß, scheiß. Ich wollte schon wieder sagen, just wait, Orange. Nice. Let them come. Was? Okay. Exactly. Kommt ruhig durch die Smoke, ihr Pisser. Also, ich weiß gar nicht, wo die Smoke ist. Ah, da ist sie. Sehr gut. Sehr gut. Genauso war das geplant mit der Smoke. Habt ihr euch hier gemerkt? Best Smoke EU-Wescht? Oh, shit. Oh, shit. Hier, 10 HP. 10 HP ist coming to a side. Okay. Oh, ich wusste, dass diese Kacknase hier langkommt. I get up for you. Deswegen bin ich geschlichen. Hopefully, das not for me. I don't want... Hopp ist on the ground. Who want an up? Green? Oh, purple. Okay. Okay, good. Why are you playing clear with this? Hat der noch eine gekauft, der andere? Green, gönn der die. Gönn der die. Wie hab ich anguckt? Danke. Danke, Sir. Okay. Oh, shit. I think they're coming B. Banan-AB. Okay. Banana? Ok, lass uns die ficken Ja, der Banana Squad, ach du Scheiße 12-3, 12-3 ist echt gut, guck mal, ich bin auch ziemlich abgegangen Oh nein, gespielt, das ist klar Ne, ich war vorhin, ich muss ehrlich sein, ungefähr, ich glaube eine Minute auf dieser einen Trainingsmap, die ich euch gezeigt habe Wo man in der Mitte steht und die Bots außen rum laufen Ja, ich bin da Okay 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 He's fucking up, man One smoke, one shot One smoke, shit, man Oh Gott Nein, 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 no control, okay, okay Ah, noch einer One is in front of us, CT Haha, scheiße Fuck, fuck, ja, go away Nice, nice, A is clear, I think Oh, scheiße Oh Gott, was für ein zuckriges Team ist, das ist wahnsinnig, ey, ich muss eigentlich alle anfragen, aber meine scheiß Freundes ist das voll Gott, solche Leute, oh shit Okay, blue is coming from behind, genau, das sieht gut aus Nein, nein, nein Das war halt der Fehler jetzt, dass er, dass er rangegangen ist, also er hätte, uh, sein Fuß Er hätte kurz angehen sollen, der Full HP oder mehr HP als der blaue Und dann wieder weg Dann wieder direkt weg Ähm, weil, ja Also gerade in so einem Fall, wenn der Plant da ist, dann sollte man kurz gucken, schießen, dann weggeben, wenn er aufhört zu defusen und halt dann weiter Maybe be rush Directly Alter, warum können wir forcen? Warum, warum haben wir alle so viel Geld? Es ist noch von CT mitgekommen It's a joke, dude, calm your titties Was hat er geschrieben? Go, go, Power Rangers Oh, shit Let's go Nice, go, go, go One is behind, on the spot Church, one is church, in front of church I molly him Molly's out You can, you can plant Church is down Ja, scheiße, warum konnte er nicht planten? War ich wickst? War ich wickst? What the fuck, man Okay, hey, das war echt, das war eine gute Runde Das war eine leckere, leckere Runde Was, 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 was? Was ist der andere, oder was? Warte, noch eine On-Spot, ich hab's gar nicht mitbekommen Ah, ah, Leute Ich in die Bombe Haha, ich hab sie gefangen Ich hab sie gefangen Jetzt geben wir Jetzt geben wir Epidements Wir müssen jetzt eigentlich noch eine Pistol-Round haben Die haben eben gekauft, ne Einer hatte eine Scout, der andere eine M4 Oder was ähnliches Ja, wahrscheinlich der, der defused hat Der hat halt fett Kohle, ne Ist klar Apartment one, he's low HP Nice Go, go, go Another one, Apartment No Push him, push him in Apartment Bombers down, Apartment You need a plant Alter, der hat doch die Bombe Ja, sie ist an seiner eigenen Molly gelaufen Martínez Take one, Bombers in Apartment Jetzt, ne, did er sein Maid Martínez, was ist mit dir los? Hast du, hä? Martínez hat die Bombe nicht geholt Er hat sich selbst gemonlicht Und den Maid gerade eben genadelt Martínez Was ist passiert? Hat der Schlucker auf, oder was? Martínez Ich habe ihn 63, was ist mit dir? Martínez Ich habe ihn zu close und töte ihn Wie habe ich diesen Mann geholfen? Ich weiß nicht, wir können das wieder Ja, wir müssen mich wiederholen Wir können mich wiederholen Ja Ja, wir können gehen Ja, vielleicht Crap, Leute Vielleicht Crap B, B, B Ich hoffe, dass keine Nades kommen Wenn Mollys kommen, ist es nicht so schlimm Aber Nades sind echt eklig Should we wait for Nades or go through? Oh, der geht direkt vor IBP Okay Okay, let's go Boah Nice, go, go, go Oh Gott, da war einer, ne? Da hinten Der Kollege ist zum Glück da oben lang gehüpft Das habe ich auch schon ein paar Mal mitbekommen Dass die Leute so eine Last One City Keine Ahnung, die ist scheiße Ich habe gerade keinen Stand gefunden Um richtig los zu rennen Um sie weit zu werfen Oh Gott Wollen wir alle jetzt hin? Okay, alles klar Das läuft schon Das läuft schon Awesome shot, mate Wartet lieber, Leute Wartet lieber Okay, erst zumindest da hinten durch Dann kann ich auch mal kurz lunsen So, der shoulder peak Oh fuck Voll der dicke, fette shoulder peak What the fuck Wo ist der hin? Der ist weggerannt Hat der seine Scout gesaved? Warum saft der seine Scout? Hat nicht noch jemand eine AK gehabt oder so? Er ist einfach an der Bombe gestorben Okay, warte mal Ich könnte was droppen Okay, ich wollte ihm gerade die Ding drüppeln Aber ich denke, das läuft Wie again? Was? Somebody can play was? Das ist nicht verstanden Ja Die dürften eigentlich wieder nichts haben Bis auf der eine, lurch Nein He's low HP Low HP an Banana An car An car Oh, der andere ist auch low HP Oh, das sind beide? Nice Er hat beide gekillt, oder? Maybe rotate to A Also, grün macht da schon eine gute Vorarbeit Ich glaube, er holt jetzt noch jemanden auf A Wahrscheinlich hockt einer im Pit Beziehungsweise Verschiebt jetzt gerade gleich Die haben die Bombe jetzt sehr close gesehen Schön gucken, schön gucken, grün Du bist jetzt der wichtigste Spieler im Moment Nein Ich würde erst noch weiter Oh 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 shit Der müsste jetzt versuchen, die Bombe Nicht, nicht Er hätte jetzt sofort die Bombe nehmen und auf A rennen müssen Nicht da rein Manchmal ist doch so ein bisschen die Überlegung nicht ganz da Wir haben A zwar nicht als clear angesagt Aber jetzt haben wir die Arsch-Situation 3 HP gegen Unbekannt Und Bombe ist noch nicht gelegt Ich würde B gehen Ja, ich würde jetzt einfach B rennen Und hoffen, dass er 1 HP 1 HP Er ist gesprungen Er ist vom Balkan runtergesprungen mit 3 HP Er ist schon ein Tier, ne? Er hat schon ziemlich Eier in der Rose, um sowas zu machen Also ich kenne Leute, die machen sowas und sind dann tot Und dazu gehöre ich auch irgendwie Hm, Gongby, come on Was machst du? Was machst du? Was? Hä? Also, Alter, manche machen echt bescheuerte Sachen What the fuck? Der hätte doch Also, ich meine, vom Geld her Ja doch, vom Geld her ist auch tragisch Warum macht er denn sowas? War like for real, mate Ach, scheiße Go, John Hey Oh, 1 equal, eine Kraft voll He's gonna make an Ace now Ich weiß es genau An Orb-Ace Er macht das jetzt, er macht das jetzt Ihr müsst gut zureden, Leute Nicht rumpimmeln Okay Alter, hast du es gehört? Second minute rush Oder so Alter Waaah War das der WP-Le? Oh shit Oh oh I'm so dead Like a piece of bread Meine Hände sind Kalt NEO Fuck So close What the fuck Er war unter mir auf einmal Wo stand ich oben irgendwo drauf? Ist er Ist er irgendwie Oh Gott Drugtealer War da irgendwas? Scheiße Wir wurden alle gefickt Das war echt totaler Quatsch Was wir gemacht haben Okay, ja Oh Gott Irgendwie kann immer noch kaum einer kaufen Ja, I can drop pistols P250 is on the ground Okay It's gonna be, it's gonna be P250 P250 Library Was darfst du? Okay, okay Let's go Let's go Let's go Hey 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 Okay Okay Ich bin ja schon da 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 Okay Komm schon Komm schon Hit me Ich kann nicht rein Ich kann nicht rein Oh Okay Okay, ich mach das, ich mach das. Apartments, Balcony. Okay, wir machen gerade ein bisschen viel Scheiß. Behind. One is behind. Alles behindert. You can do some shot. He's on Balcony? Kann nicht. Ein kleiner Traktor. Wachter. Wachter Kappa. Ich würde jetzt planten. Die kommen sowas von hinten jetzt. Ja, von da kommen sie. Ja, ja, ja. Geh doch lieber planten. Oh Gott, da ist einer auf A. Jetzt kommt er von short. Oh Gott, er kommt von short. Nein, geh einfach planten. Geh einfach planten. Je länger er wartet, desto besser kann sich der City ausrichten. Zeit ist ja wirklich Geld. Wenn er jetzt einfach hier steht, er könnte doch einfach warten. Und sich nicht zeigen. Dann würde der City vielleicht denken, dass er B gegangen ist. Das kann auch sein, aber ich würde jetzt auf keinen Fall hier an die Kante planten. Sehr gut. Da hin, ne. Apartments. Da ist ein Short, Alter. Ja, Short, Short kommt. Oh Gott. Bitte nicht mit der AWP. Was machst du? Nice. Alter, was ein... Was ein... Aber das ist wirklich eine 50-50 Chance. Also entweder kommt er dann von da oder er kommt nicht von da. Da ist man nämlich gebumst, wenn er neben einem steht. Und man gerade eingesummt ist. Na ja, kann man schon sagen. Chapeau. Chapeau, papo. Okay, gut. Also noch eine Runde. Again? Maybe? Place long? You know that I will come there fuck off. Äh, 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 äh. Das ist halt die... Oh. Wie gesagt, diese 50-50-Geschichte, ne. Entweder man kommt halt da oder man kommt nicht da. Andersherum hätten wir den... Kann man... Darf man schwarzen Peter noch sagen? Ähm, also ich meine, ihr wisst, ich sag eh alles. Aber darf man so rein, rein politisch gesehen, rein gender-specific, äh, Frauenrechtlerisch, äh, Kinder, ähm... Ja, äh, 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 ja, der war Apartments. Bomb is down, take one, take one blue. Ähm, darf man das noch sagen? Schwarzer Peter? Man darf ja auch nicht mehr Zirgäuner-Schnitzel sagen. Und man darf nicht mehr, keine Ahnung, äh, Mohrenkopf. Das ist alles höchst, höchst racist. Oder halt unangebracht. Überleg mal, früher hat man Negerkuss gesagt. Also ich meine, ja, wegen, ja, halt, ja, na, na, na. Ich will jetzt nicht politisch werden, auf gar keinen Fall. Ich bin einfach nur dafür, dass Worte... Nice, nice game. Ich würde auf jeden Fall sagen, dass, äh, dass Worte keine Kraft, nicht so diese Kraft haben sollten, wie sie, äh, ihnen oft beigemessen wird. Das darf irgendwie nicht sein. Worte sind Worte, scheiße, da hat der Hund drauf. Außer jemand ist wirklich behindert und meint sowas halt echt ernst. Wenn man das einfach so eben... Oh, fuck! Obwohl, warte. Ne, doch nicht. Ich glaube, das ist ausgeglichen. Ähm, wenn jetzt jemand wirklich rassistisch ist, also wirklich, wirklich, dann ist es scheiße. Aber so im normalen... Also, naja, ist egal, ist egal. Vielleicht, wir sind auf jeden Fall, um einen Punkt zu setzen gegen Rassismus. Ja, was ihr das wisst. Okay. Ähm, sehr schönes Full Matchmaking. Das glaube ich jetzt direkt für euch hoch. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. See you later, alligator. Alligator.